UNTERTITELUNG Im Arsch! Hey, Boys! Victory! Victory! Doping ist am Ende Betrug. Ich bin sauber und ich fahre die Rennen sauber. Wie bringe ich jetzt die Leute dazu, mir zu glauben? Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Alter! Aber du wirst noch einen. Du wirst noch nicht. Ihr Lächer am Lachst. Da ist man langsam im Alter. Ja. Das ist es. Ich denke, dass die nächsten Tage die Hölle wird vertreten. Oh! Wie wenig die Etappe und hier unten ist Le Girls. Topless and Table Dance. Das ist ein Zeichen. Wir sind eigentlich sowas wie Söldner. Like a Fremdenlegion. Wir kriegen dafür Geld, dass wir den anderen wehtun. Ich denke Gott! Wie viel Geld in die Hölle ist? Das ist eine Verstehung. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Vielen Dank.